Lisa hat mich im Reiter und ist nach vorne gelehnt. Ich drehe mich auf die Seite und schiebe ihr Knie nach unten zwischen meine Beine in meine Spinnenfalle. Wichtig ist, ich blammer die Füße und bringe sie jetzt aus dem Gleichgewicht, indem ich auf der gleichen Seite, wo ich das Bein klammer, den Arm nach oben führe. Wir sagen immer so gerne, wie bei Superman. Eins, zwei, drei und drehe und gehe jetzt sofort selbst in den Reiter.